Tatzeit, Donnerstag. Wir haben einen angekündigten Mord, morgen früh um 4.30 Uhr. Es sind noch acht in einem Stunden. Weiß Bürger Bescheid? Schon unterwegs, aber alles an Bord. Sie warten nicht, bis ein Verbrechen passiert. Wir haben noch dreieinhalb Stunden, um die junge Frau zu finden. Sie wollen Verbrechen verhindern. Man kann nicht alles richtig lösen. Wir verhindern Gewalt, wir üben keine Aus. Er hat eine Schusswaffe und er hat ein Baby bei sich. Ich hab gesagt, versieh nicht an! Und Sie haben den schlimmsten Gegner. Ich hab noch 20 Minuten. Du hast viereinhalb Stunden. Eine Stunde! Die Zeit. Alles fertig machen für den Zugriff. Es ist zu spät! Es ist nicht zu spät. Deadline. Die neue Krimiserie. Ab Donnerstag um 20.15 Uhr.